Wir kommen jetzt über die 100 Gains, so. Gut, was haben wir hier? Ist versiegelt, fick dich! So, was haben wir hier? Ein Ork. Ein Goblin, okay? Jetzt mal ein Goblin. Kein Ork, sondern ein Goblin. Mal kurz auf die Karte gucken. Nee. Den Marker lassen wir einfach mal in Ruhe. Wir hauen hier ab. Ja, Blöcklos weiß genau, wo ich eigentlich hin will. Da nehme ich. Wow. Oh, Attacke. Mal sehen, was ihr könnt. Lass mich in Ruhe, Metatron. Lass mich einfach in Ruhe. Ohne hat sie ihn erledigt. Jetzt hat sie ihn erledigt. Seltene Beute. Okay. Der ist mir interessanter irgendwie. Jetzt kommt Skill Connect. Wow. Wow. Was? Der wird zer-comboet hier. Aber ich kann ihn noch nicht... Oder ja. Es macht Sinn erst. Was? Haben wir alle erledigt? Heilige Scheiß. Wir haben sie alle erledigt. Cool. Und nein, ich werde jetzt... Nicht hier mit Gewalt einfach mal zum Anfang gehen, sondern ich werde einfach laufen. Ist zwar langweilig, aber ich habe keine Lust mehr in diesen ganzen Scheißweg nochmal zu laufen. Guckt euch doch mal an. Ich laufe doch nicht den ganzen Scheißweg nochmal. Hat mir einmal gereicht. Mache ich nicht nochmal. Warum muss ich denn nicht auf Fliegen wechseln? Das ist doch langweilig. Ich glaube, man kann einen Dungeon mal laufen hier. Und ich muss mich denn nicht auf Flugskill wechseln. Ich brauche echt meine härteren Waffen, ey. Das geht doch gar nicht mehr so. Ja, komm. Vielleicht immer noch nicht. Ja, komm. Ja. Das war aber cool. So, ich mach mal auf die Kalko. Oh, wir sind falsch gegangen gelatscht. Ne, das wird zum Boss. Warum sind wir gerade richtig am Boss gelaufen? Ich verstehe das nicht. Die interessieren mich doch viel mehr. Ist hier was? Nö. Das war einfach nur so ein richtiger Trolling Room mit Jagdnoren. Tolltes Trolling. Jetzt komm. Ich Cord落ziel. ich würde sagen ich würde es auch nicht den wechsel muss benutzt man den brauche ich keine voller stärke ansonsten habe ich ein ganz schlechtes problem ein schlechtes problem groß probleme diesen müsst wir schon an etwas was ist das ja komm Hallo Na komm Ja, es ist schon teilweise voll, aber es reicht noch nicht Ich soll den erstmal ein bisschen provozieren hier Ich kicke schon hin Es reicht jetzt Jetzt höre ich mir Komm Ich wollte gerade selber Stream sagen, aber Ja Jetzt habe ich dich Jetzt geht es auf den Wechsel 2 über Oh ja, schön What's up then? Also Komm Du schaffst das schon, Black Lotus Ja, schön Alles draufhauen Ach Gott, nein Ich muss den kriegen Aber wie Ich habe eine Idee Jetzt mit Skill Connect kann ich ihn ziemlich shitten Komm Aber ich habe nicht genug für ein Skill Connect Nee, für Skill Connect Sondern für Wechsel Jetzt Jetzt bist du dran Jetzt bist du dran, mein Freund Hier Jetzt bist du so richtig schön dran Und da bist du dran Dann wird es nicht so richtig Ich bin Ich habe einen Schrauben Ich habe einen Schrauben Ich habe einen Schrauben Naja, komm Passt, haben wir ihn Hol mit uns Ja, schön Der neue Skill, Kampfschrei Deshalb war dein Kirito jetzt 187, ach du Scheiße Das war Awesome Also der Kamer hat es wirklich auch immer so Aber wir haben immer noch nicht Feier gefunden Oder habt ihr auch noch Feier gesehen Ich bin einfach nur zu blöd, um sie zu finden Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Ja, das ist eine Chance, wie ihr hört Du die Kombo machst, okay Das ist doch mal gut zu wissen Jetzt haben wir eine Karte Ja, jetzt haben wir eine Karte So, mal kurz gucken Fluch on Ja, jetzt haben wir eine Karte Ja, jetzt haben wir eine Karte Ich hake dir noch nicht ab Ich will erst mal untersuchen, bis ins letzte Detail Okay Okay, da waren wir schon Das war ihre Höhle Als nächstes würde ich sagen Neb ist keine Höhle Es sah aus wie eine Höhle Ist aber keine Höhle So, schauen wir uns mal weiter um Da waren wir schon Da waren wir schon Also gehen wir da hin Und das war es Ich bin ja, das war es Ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Und das war, ich bin ja Na gut. Na dann, let's go. Ja. Ja. Ich liebe das auch. Das ist doch Drohling. Was soll ich das? Scheiß. Nein. Ich habe das Gefühl, es zieht sich da oben. Auf dem Gebäude. Ja, es ist auf dem Gebäude. Das ist bei der Bühne. Ich glaube, es ist auf dem Gebäude. Ich glaube, es ist nicht die Bühne. Ich bin hier, wo ich bin. Ich bin hier, wo ich bin. Ich bin hier, wo ich bin. Ich bin hier! Oh, was denn jetzt? Das ist Filiya. Ich bin hier auf der Filipe. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, Monster-San hat mich beeindruckt, oder? Den mach ich doch schnell, Alter, komm, komm her, mein kleiner Freund. Du, Alter, lädst meine Leiste schön schnell wieder auf. Wow, du bist nicht schlecht. Der ist schon sehr stark. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich krieg den, ey. Was war das für ein Angriff? Wenn ich den laden könnte. Na komm. Wow. Ich krieg es schon. Scheiße, ich komm hier hoch. Es wird schwer werden, ihn zu treffen. Höher, höher, höher. Und? Jetzt habe ich ihn. Wo ist er denn? Der ist, der ist voll. Ja, komm. Yes. Haben die gewechselt, oder warum war er gerade kurz bewusstlos? Ich meine, es war ja kein Wechsel. Der Wechsel kommt ja klar hier von mir. Sobald die Anzeige kommt, dass voll ist, mache ich es ja. Die ist fast voll. Komm. Fast voll. Den musst du doch noch kriegen. Wo ist er denn? Fast voll. Komm. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich genug, um es dem zu zeigen. Attacker. Yes. Yes. Alter, der ist fast down. Komm. Yes. Hat der mit einem Schläben, oder was? Gib den auch ein Heap, dann ist er down. Ja. Der ist tot. Schön. Das ist die Frage, woher dann? Dein? Nee, das ist total noch nicht. Aber ist ja nicht da hoch. Ach, schneller kann ich nicht, das ist blöd. Komm. Gib Gas. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Wir haben es geschafft. Ich habe, es gibt es zu sehen. Wir haben hier zu 100 Jahre alt. Ich bin nicht der Fall, dass ich mich nicht verletzen will, was ich eben nicht verstehe. Ich bin ja nicht so, was ich die永遠 von meinen Schnellen. Ich bin die Ehren-Präsie-Hier. Ich bin der Fall, wenn ich meine Muttersprung des Erefs-Hier-Hier-Hier habe. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht verletzen will, was ich nicht verletzen kann. Oh, es war ja auch ein Filiac-Hier. Ich habe die Hügel-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier. Oh, Kirito! Filia, ich habe immer noch etwas gefunden. Das war gut! Ich bin hier in diesem Feld! Filia! Oh, was haben alle zusammen? Oh? Ha ha! Also, Kirito hat auch gehört, um die Wurreis-Sendung zu erzählen. Wurreis-Sendung? Log outの警告はあったけど、緊急メンテはいつまで経っても開始されないじゃない。 それならもう少し遊んでよって思ったら、急にスバルトエリアの景観が変わり始めてびっくりしちゃった。 何か新しい発見があるんじゃないかと思ったら、うずうずしちゃって。 そしたら、この辺に幽霊船ってのが出現したって噂を聞いたのよ。 もう急いで駆けつけてきちゃった。 ああ、トレジャーハンター魂がうずくわ。 キリトー、どうする? それならもう少し遊んでよって思ったら、急にスバルトエリアの景観が変わり始めてびっくりしちゃった。 何か新しい発見があるんじゃないかと思ったら、うずうずしちゃって。 そしたら、この辺に幽霊船ってのが出現したって噂を聞いたのよ。 もう急いで駆けつけてきちゃった。 ああ、トレジャーハンター魂がうずくわ。 キリトー、どうする? なんだかフィリアだけこの状況を楽しんでるような気がするよ。 ああ、これだけ楽しそうにされてると、説明するのが何やら忍びないな。 えっと、何のこと? ユイちゃんが?そ、そんな… だから、俺たちが置かれているこの状況は、そんな良好なものじゃないんだ。 キリト、アスナ、ごめん。そんな大変な時だったのに、私一人でワクワクしちゃって。 う、ううん。別にフィリアは悪くないよ。 でも、みんなはちゃんと異常事態だって気づけてたわけでしょ? それで、キリトたちも残ると察して合流しようと努力してた。 私、なんだか自分が恥ずかしい。 いや、俺は逆に安心したよ。 え? SAOにいた時のお前は、ずっと何かを疑ってばかりで、自分すら信じられないようなプレイヤーだった。 そんなお前が、この状況を疑わず、純粋にVRMMOを楽しめていたのは、きっとそんなに悪いことじゃない。 この言い方は変かもしれないけど、俺は嬉しい。そう思ったよ。 キリト… うん、そうだね。 えへっ、でも知っちゃったからには、フィリアにも協力してもらうからね。 う、うん、もちろんだよ。 ユイちゃんを救うために、私にできることを何でもやるから。 ご視聴ありがとうございました。 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 ご視聴ありがとうございました。